Oh das wird direkt gekillt. Hast du es gesehen? Alles klar, weil hier Schluss ist. Ja gut, dann müssen wir oben gehen. Ist er da runter, ist er da runter. Ja, ich bin ausgelockt. Kannst du einen mehr aufheben? Ah fuck. Ah, da war noch der andere von hinten. Der hat die ganze Zeit da gewartet und uns zugeschaut anscheinend. Das hat er sich verdient, das war gut von ihm. Der muss ja die ganze Zeit hinter uns gesitzt sein in die Büsche und uns zugeschaut haben. Ah man. Der ist der wahre Vietnamheld, Alter. Warte mal.